Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde, zum Viertelfinale im Premier Cup. Wieder mit Real Madrid und auf geht's. Und damit geht's los gegen Dortmund, Viertelfinale, Premier Cup. Leider wieder mal im Regen. Muss ich unbedingt dranbleiben. Oh, Kassias ganz stark. Und drauf. Verdammt war der schwach. Verdammt, Miqui Teilhard im Weg. Wenn sie mal holten sie sich zurück. Zurück zu Benzema. Klappt nicht ganz. Und nochmal. Benzema. Gut gemacht. Super gemacht. Und das von Marcelo. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich krische mit der Exa noch dazwischen, weil ich sehe, dass der da nicht im Abseits steht. Der darf da nicht durchkommen. Da krische ich extra schon im Weg. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Darf ja nicht wahr sein. Jetzt wird's hart. Ach, Benzema. Wenn du schon dastehst, dann lauf auch gescheit. Von Halbzeit. Das wird hart. 2-0 hinten. Oh Mann, wo steht denn der? Wie frei steht der? Zum Glück im Abseits. James Rodriguez. Rodriguez. Benzema. Pfosten. Pfosten. Na, Weidenfeller hat da nicht so wirklich viel... Ah, der Pass war grauenhaft schlecht. Dankeschön. Bail. Weidenfeller aber diesmal. So, jetzt stellen wir mal einen Torhüter zu. Na ja, da kommt einer reingelaufen. Okay, Ronaldo. Sergio Ramos. Ronaldo. Das war ein Rückpass hoch 10, aber okay. Da oben läuft Bail. Guter Pass. Ronaldo in der Mitte. Ronaldo. Ronaldo. Oh, Obama Yang. Den muss er eigentlich machen, wenn er schon so reinläuft. Glück für mich, dass er es nicht getan hat. Zumindest was so Ballernamen und so angeht. Ist es irgendwie... Na, ich weiß nicht. Nicht so dolle. Ronaldo. Kommt da ran. Und Weidenfeller hält mal wieder. Oh Mann. Was ein Schuss. Ronaldo. 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 Wow. Was, Weidenfeller? Was ist das für ein Tier? Ich mache kein Tor heute gegen Weidenfeller, habe ich so das Gefühl. Sag ich ja. Heute eher nicht mehr. Kassiers ist leider nicht so stark. Damit steht es 3-0 und das war es dann wohl. Bail. Bail. Eigentlich ein Elfmeter. Aber vielen Dank auch. Zumindest ein Ehrentreffer, den hätte ich doch schon ganz gerne gehabt. Groß. Groß. Eckball. Kassiers hält auch endlich mal was. Und vorbei. Ich habe ein starkes Spiel gemacht. Nur verliere 3-0. Bei, covid. Richtig. Sehr. Interessant. Wirklich höchstens zusammen. Super. Ach Krab. Untertitelung des ZDF, 2020